Hallo Frau Hake, hallo liebes Team von Wischler in Not. Wir wollten uns nochmal ganz kurz mit diesem Video bedanken für diesen wundervollen Hund, den wir bekommen haben. Das ist die Jasmin. Sie ist jetzt seit vielleicht knapp 13 Tagen bei uns. Sie kam sehr verängstigt an und sie hat sich die ersten Tage auch nicht wirklich vom Fleck bewegt. Und dann ist sie aufgetaut und dann haben wir erstmal mitbekommen, was für ein zauberhaftes Liebeswesen sie hat. Wir trainieren jetzt viel mit ihr. Also ich bin speziell mit ihr jeden Tag, also alle zwei Stunden gehen wir eine Stunde raus und machen auch Übungen halt. Diese normalen Kommandos halt, dass sie frei laufen kann, dass sie wiederkommen kann. Das Sitz und diese ganzen Sachen. Ja, sie hat erst nicht so richtig mitgearbeitet, aber mittlerweile fängt sie auch an uns zu verstehen und folgt auch den Kommandos. Und das macht ihr auch richtig Spaß. Wir waren eben draußen, deswegen schlägt sie jetzt gerade. Sie ist sehr anhänglich. Sie möchte am liebsten die ganze Zeit an meinem Bein kleben. Was auch soweit ganz okay ist, weil wir versuchen ihr jetzt auch Sicherheit zu geben, sowohl in unserer Familie wie auch in unserem Umfeld. Dass sie auch mit anderen Hunden auf der Hundewiese spielt und so langsam denn hier ankommen kann. Okay, das war es erstmal von uns und der Jasmin. Ich schicke Ihnen auch nochmal ein Video später, wie wir im Stadtwald auf der Wiese trainieren. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant für Sie. So viel lieben Dank von der Familie Kant. So viel lieben Dank von der Familie Kant.